Ich habe mit einem auf der Gamescom drüber geredet, der wohl irgendwie eine ganze Zeit lang City Build Platz 1 war oder ist, aber mittlerweile gebannt ist irgendwie, I don't know. Was überhaupt ein City Build Sign bringt, was die ganzen Leute eigentlich da immer von einem wollen, weil ich es nie gecheckt habe. Boah, okay, Bro, mach mal eine Range aus. Alles so gut, alles so gut, Mann. Alles gut, Among Us. Nee, stabil. Nee, habe ich...